Ich bin Carlo, der Maschinenbau-Ingenieur bei der ZRW. Ich war an der Handwerker-Schule, an denen ich meine Etüden am Maschinenbau am Institut Superiore der Technologie gemacht habe. 1998 bin ich am demnachlichen Depot vom Atelier Lützeburg am Bereich der Mäntenons aufgefangen. Ich arbeite mittlerweile am Service trainierter Material an der Division Materiell als indotechnischer Spezialist von einem Rollmaterial. Maschinenbau-Ingenieur Als Maschinenbau-Ingenieur schaffen ich dieses Büro natürlich mit einem Centre de Maintenance und somit mit einem Gefährer. Das gibt mir die Möglichkeit, einen neuen Kontakt mit den Maintenance-Equipen und mit dem Engineering vom Centre de Maintenance zu sehen. Es sind aber auch oft am Ausland bei Furnisseuren oder Herstellern, was bei Berufsaltern ganz aufwesungsreich ist. Zu meiner Arbeit gehören verschiedene Wolleien. Das sind Qualität und aber auch technisch, kommerziell und kontraktuell Wolleien. Zu meiner Missionen gehören die Begleitung vom ganzen Lebenslauf von diesem Material. Das geht mit der Erstellung von keinem Schachschirm. Während der Submissions-Fahrer sind die Tofferen ausgewertet und keine zu einer Finalebestellung. Die Tofferen hat den Design vom Gefähr, man hat die Furnisseur ausgeschafft und Maschinen gebaut. Während der Baufass und Homologation begleiten man als Maschine, wird das man ein per Kabelgefühl für die CFL auf ihre Klientel geliefert kriegen. Mit Ortonau sind wir zuständig für die Dermaturation kontinuier, für das das Material an einem exzellenten Zustand in der W.A.S. auch noch bleibt. Diversität und Zusammenarbeit von Ingenieuren aus allen Bereichen, wie Maschinenbau, Elektrotechnik und Mechatronik, möchten wir heute immer flott und aufwesendungsreich. Voraussetzungen für zukünftige Arbeitskollege sind Polyvalenz, Kreativität, Weitblick und Thinking out of the Box, für diesen Beruf mit Fried und Erfolg ausüben zu können. Der Lebenslauf von diesem Zuchtmaterial begleiten, für den Umweltbewussten einen sicheren Personentransport zu assortieren. It rocks! Ingenieuren. 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 Ingenieuren.